Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grim Fandango Remastered. Und der Altser ist so aus. Ja, so sah es mit dem Original aus. Aber jetzt erkennen wir Manny tatsächlich auch in all seiner wunderbaren Farben und Formen. Nee, Farben hat er jetzt nicht so viel, weil Schwarz-Weiß halt. Und Schwarz und Weiß sind keine Farben. Weil Weiß sind alle Farben und Schwarz ist keine Farben. Aber ist auch wurscht, denn wir sind ja letztes Mal in Dings hier im Weinkeller gelandet, weil wir Klottes irgendwie ein bisschen dazu gebracht haben. Also er hat sich betrinken wollen und auf einmal sind wir dann und dann war das fast leer und wir runter. Und kann man ja alles in der letzten Folge sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier unten wegen dem, äh, Geld. Es ist, es geht immer nur ums Geld und wir müssen das hier finden und ich, äh, ich gehe einfach wieder. Wir haben es jetzt so lange gebraucht, bis wir hier unten sind. Ich gehe wieder raus, mir egal. Nein, sag das nicht. Geh nicht wirklich raus, Manny. Es geht nicht raus, oder? Hm. Das macht mich gerade ein bisschen misstrauisch. Eigentlich suche ich das Geld. Äh, denen möchte ich lieber nicht mehr zu nahe kommen. Er war ja schon da drin, ne? Äh, denen möchte ich lieber nicht mehr zu nahe kommen. Äh, denen möchte ich lieber nicht mehr zu nahe kommen. Äh, verstehe ich. Ich glaube, wir müssen wegkommen mit dem Gabelstapler, oder? Das Ding ist sicher leicht zu bewegen, wenn man ein großer Dämon ist. Achso, die Händen. Ach, es gab noch keine Handys. Gibt's, äh, äh, Klottes? Wenn ich einen Gabelstapler hätte, vielleicht noch einen, meine ich. Da könnte ich den Gabelstapler... Neh, ich den Gabelstapler. Ja, geil. So, komm. Gabelstaplerführer, äh, Manny. Ne, das beende ich hier nicht. Ich weiß gar nicht, was ich weg... Ich glaube, links geht's einfach weiter, oder? Ja, geil. Es gibt doch das Rückwärtsgeräusch. Äh, ich weiß aber... Ich hab das... Keine Ahnung. Komm, wir fahren einfach mittels in den Fahrstuhl. Wir machen jetzt hier... In der High-House-Roll-Lounge machen wir jetzt richtig Rami-Dami. Hm. Er fährt auf jeden Fall da rein. Das finde ich schon mal lustig. Ohne Knöpfe sollst du drücken? Habe ich irgendwo mal gelernt. Nur ein Knopf. Der alles entscheiden kann. Ein Knopf. Der viel bewirken kann. Zum Beispiel, dass die Hose nicht runter, äh, fällt. Das ist wohl kaum die richtige Verwendung dafür. Ja, ach, dann drück ihn halt. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt, die macht Spaß. Bitte aussteigen. Bitte wenden. Komm schon. Irgendwo fahren wir hin? Ne, da nicht hin. Das ist doch ein neues Wein. Das ist doch ein neues Wein. Klottes Du, äh Gut so, Kätzchen, so mag Papi das Apropos Papi, äh Los, Kätzchen Klottes Okay, Klottes möchte mir nicht helfen Ich wollte es nur mal testen, ich muss das eh, ich muss das glaube ich alleine machen Der, der Kellner ist zum Glück nicht da, oder? Der Kellner ist nicht da, oder? Gut so, Kätzchen, so mag Papi das Nee, der ist nicht da Dann haben wir in Ruhe Zeit Und können jetzt hier ein bisschen, äh, Remy Demi machen So, auch der Typ mit dem Wein ist nicht da Toll, dafür muss ich so ein Theater machen, dass der Typ hier die ganze Zeit stand und jetzt ist er einfach abgehauen Äh, Manny, einfach reingehen Einfach reingehen Es ist nicht schwer, einen Fuß vor den anderen zu setzen Das mache ich lieber jetzt mit der Tastatur Das hat jetzt mit der Maus nicht ganz funktioniert Äh, ich habe aber was Ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, ob die Idee stimmt Weil ich kann mich hier bewegen, wer in der Fahrstuhl fährt Hm, tut sich nichts Vorbeigefahren, scheiße Zu spät, ich müsste die Striche mal zählen Um dann den Knopf zu drücken, rechtzeitig Nee, ich will wieder nach oben Ich glaube, wir müssen in das andere Stockwerk Ah, ich habe noch einen anderen Plan Ah, ja, okay Äh, wir müssen Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber ich drücke mal den Schalter Hm, tut sich nichts Ja, ich habe einen Plan Ah, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan Ja, richtig Genau Und was sehen wir da unten? Zwei Lücken Zwei Lücken musst du füllen Äh, warte, machen wir das nochmal runter So, und jetzt benutzen wir das Ding zum Fahren Ja, ja, ja Die Fahrstuhltüren öffnen sich nicht Oh, warte Oh, warte Ich konnte den Gabelstapler mir angucken Oh, warte, nein, dann müssen wir es runter Mandy, das tut mir leid Wir müssen nur erst wissen, was die jetzt Oder reagieren sie uns jetzt Das ist unser erstes 3D-Game Und es ist lustig, wie viele Puzzle über die physischen Prozesse der Dinge Als opposed zu In einem 2D-Adventure-Gamen Du würdest nie etwas machen, basiert auf einer Form von etwas Oder Leverage Das gesamte Puzzle war sehr physisch Du musst diese zwei Objekte und sie verhindern, von sich über die anderen Und der Kugel ist auf unsere Nachbarn Und ich glaube, wir waren so excited um in einem Welt von physischen Sachen zu sein Oder vielleicht, weil wir in einem Welt von physischen Sachen Wir mussten es tatsächlich Durch diese Türen komme ich nicht durch Bin ich auch nicht Nö, Mandy Nicht hier Na gut Dann machen wir das eben unten Dann fahren wir wieder runter Wenn man sonst nichts im Leben hat, dann fährt man Fahrstuhl Hm Tut sich nichts Ah Wir versuchen jetzt nochmal was Und wenn das nicht klappt, dann versuchen wir noch was anderes Ich habe schon zwei Pläne Plan 1 sieht folgendes vor Wenn es nicht hier ist, vielleicht hier Ich will das Gitter Also das Gitter müssen wir hochhalten Geht ja nicht, dass das Gitter nicht Nein, ich will nicht raus Ach, Benni Dann geht das nicht Okay Nein Wie einfach jetzt umdrehen Weißt du Ich muss das scheiß Ding eh umdrehen So Wir machen folgendes Und zwar habe ich schon Plan Plan 2 von 3 Sieht vor Dass das jetzt gar nicht in dieser Funktionsweise funktionieren wird Da das gerade viel zu lange dauert So Und zwar Einmal drehen bitte Einmal wenden Wenden, 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 wenden Eins Zwei Striche von oben Drei Striche Ja, ist das jetzt echt auf der anderen Seite? Was macht der? Ah, da ist der Hebel auf der anderen Seite Ich kriege das hin Kein Ding Durch diese Tür komme ich nicht durch Nicht hier Ja, er will das echt nicht Nein, Benni Was tust du? Ne, er will das nicht hier machen Versuchen wir mal was anderes Dann machen wir das eben anders Moment, das dauert Warte, wir rennen mal rüber Ich bin mir noch nicht genau sicher Welche Reihenfolge das funktioniert Wir müssen es einfach so schaffen Dass das Gitter offen bleibt Und wir durch den geheimen Gang da kommen Wo der Fahrstuhl nicht anhält Das ist alles So, schnell Schnell, 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 Benni Schnell Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte So, wir kriegen das schon hin Das ist kein Ding Wir müssen halt nur mal auf die andere Seite Und das ist voll gut Funktionsfähig gemacht Für Benni Ja, er fährt Warte mal Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen so schnell Wahrscheinlich nicht, oder? Das Gitter geht sofort runter Ne, das funktioniert nicht Wie geht denn das jetzt? Dann machen wir das noch mal direkt Und dann machen wir das von unten Und versuchen das noch einmal Das Problem ist halt, dass er immer zurückfährt Und man kann gar nicht Wir können es ja noch mal versuchen Versuch ist es wert Versuch ist es wert Wahrscheinlich dauert das jetzt eh zu lange, bis er aufsteigt Ja, dauert schon zu lang Ähm Nee Manny Mach mich nicht fertig mit Nerven Okay, wir schaffen das schon Wir schaffen das Es ist kein Ding Es ist, äh, wir müssen das nur Timing Timing ist alles Timing ist alles Timing ist alles Timing, timing, timing Ja, so rum geht's doch schon viel besser Beenden So, ich hab die falsche Reihenfolge gehabt Die ganze Zeit So, und jetzt Jetzt können wir erst den Hebel benutzen Dann machen wir das Tor hoch Und ziehen uns gleichzeitig nach unten Und können jetzt hier In dieses versteckte Ding reinlaufen Ich weiß nicht, was Manny vorhat Weil ich hab ihm gesagt, er sollte eigentlich hinlaufen Er ist da durchgelaufen einfach No, und I think this is one of my first sets Oh, yeah, I remember this is Both of those War Ähm, well, it was one of the first ones that I ever modeled And again, it was very simple Very simple geometry Ja, stimmt, es ist einfach nur ein Gang Aber schöner Gang Ein schöner Gang Ein wirklich toller Gang geworden Äh, ich glaube, wir gehen wir einfach durch Dios, Mio Der ist voller Doppel-N-Tickets Hiermit könnten hunderte von Seelen Im Nummer 9 fahren Das stimmt doch was nicht Ich habe den Verdacht, dass der Koffer Jemandem gehört, der viel Einflussreicher ist als Ciao, Chila, Charlie In Ordnung, Manny Gib mir den Koffer Charles, ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung Haben wir Aber ich dachte, ich bringe eine kleine Versicherung mit Für alle Fälle Was ist los, Chuck? Kannst du dir keine Handlanger für diese Art von Job leisten? Ich kann mir leisten, was ich will Also leg ihn hin Zu Befehl, Boss Hast du einen Ausweis für mich? Hier, willkommen in der Gewerkschaft Jeden Dienstag im Monat ist Versammlung Und vergiss nicht, deinen Beitrag zu zahlen Als ob ich nicht schon genug zahlen muss Ja Okay, er ist weg Ja Okay, er ist weg tatsächlich Und er hätte jetzt den Koffer mit den ganzen Nummer 9 Tickets Die er teuer verscherbeln könnte Ah, ja Der Gewerkschafts... Jetzt bin ich Gewerkschafter Jetzt bin ich Gewerkschafter So Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Werkzeug, ne? Wir gehen mal direkt im Monat wieder zurück Können wir jetzt eigentlich in das Bü... Los, Kätzchen! Glottes Können wir jetzt eigentlich in das Büro von... Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht Okay, das funktioniert noch nicht Glottes ist sowieso, glaube ich, relativ abwesend Was ist das? Ich frage mich, wie wir den losgegeben und auf das Schiff... Wenn wir wetten Irgendwas mit wetten Wir müssen noch wetten Und die Zunge Äh, wir gehen mal da hoch Äh, ich überlege gerade, was wir jetzt als nächstes machen Zeigen wir den Gewerkschafterausweis erst mal dem Käpt'n, dass der weiß, dass wir bei der Gewerkschaft sind Oder können wir vielleicht nochmal kurz die Bienen besuchen und zeigen ihr den Gewerkschafterausweis oder irgendwie sowas Ich habe keine Ahnung, wir müssen die Bienen noch draus bringen Ja, dafür brauchen wir eigentlich einen Anwalt, wir brauchen eigentlich Nick Aber Nick hatte eh Lola umgebracht Ich... Voll dieses Interessen-Konflikt-Dings da oben Wir brauchen Werkzeug Das Einzige, was wir brauchen, ist Werkzeug jetzt Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel Werkzeug und dann können wir hier endlich verschwinden, oder? Und irgendwie vielleicht noch Nick rächen Na, Held, wie geht's dir? Honey, du musst mich hier rausholen! Ich bin ein Opfer der Gesellschaft! Ich arbeite dran! Ähm, ja Mir ist gerade eingefallen, auf diesem, auf diesem, auf diesem Zettel stand doch, äh, wo die Mine gerade hing Da war doch dieser, wo gestand irgendwie, der eine Koffer wird vermisst Und, ähm, der, äh, hat die Initialien HL Und ich weiß nicht, haben wir ja den, den Brief, äh Den habe ich ja, glaube ich, gezeigt gehabt, ne? Habe ich den Brief gezeigt? Ich weiß nicht, ich hatte ja diese eine Aufnahme, wo ich da, äh, wo die abgeschmiert ist Sonst gucken wir das gerade nochmal an Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgekriegt habt Oder ob das nur ich mitbekommen habe Moment Von Salvador, der Brief hier Manuel, es tut mir sehr leid, dass du noch nichts von deiner Metsche gehört hast Gedulde dich Du darfst dein Herz nicht verschließen Wenn es eure Bestimmung ist, werdet ihr eines Tages wieder vereint sein Ah, er glaubt noch immer, dass ich in sie verliebt bin Manuel, wir haben entdeckt, wer in diesem üblen Spiel die Fäden zieht Dadurch, dass du uns Zugriff auf den Computer verschafft hast Kamen wir auf die Spur des Mannes, der die Dienststelle für seine finsteren Machenschaften missbraucht Sein Name ist Hector Le Mans Er war einst ein kleiner Gauner und ist durch Betrug an Verstorbenen zu Macht und Reichtum gelangt Hüte dich vor diesem Hector Le Mans, Manuel, und sei vorsichtig H-L Hector Le Mans Hat ein Koffer verloren Am Hafen Wo das Schiff ausgelaufen ist mit Metsche drin Und wir haben einen Koffer gefunden Zwar haben wir die Initialien auf dem Koffer nicht gesehen Aber es gibt nur einen Koffer in dem ganzen Spiel Und da sind Nummer 9 Tickets drin Genau solche Nummer 9 Tickets, wie sie auf unserer Dienststelle Wo Hector Le Mans anscheinend was mit zu tun hat Verschwunden ist Also es hängt alles zusammen, miteinander verknüpft Das ist schon lustig So, ich bin falsch abgebogen Was weniger amüsant ist für den einen oder anderen Aber wir gehen jetzt einfach mal zeigen erstmal den Werkschaftsausweis Vielleicht können wir da noch irgendwie was rein Ja, hab ich natürlichen Ausweis Oh, eine dieser schlampigen Arbeiten von Charlie Hast Glück, dass dein neuer Kapitän weitsichtig ist Und vergiss nicht, dass Glottis sein eigenes Werkzeug mitbringen muss Wird er? Er reist niemals ohne einen Haufen Werkzeug Fein, die Limbo nämlich auch nicht Willst du da nicht rum, sonst setzt du noch Muscheln an? Hm Hm So Wir brauchen eigentlich nur noch Werkzeug, oder? Und wir müssen herausfinden, was es mit dieser Zunge auf sich hat Wir wollten ja eigentlich noch das Tattoo-Buch angucken Vielleicht hat sich ja irgendwas getriggert Jetzt, nachdem wir den Koffer abgegeben haben Wenn nicht, gehen wir nochmal in unser Casino auch Als nächstes vielleicht Wir müssen jetzt halt gucken, wo wir als nächstes unser Glück versuchen können Wir brauchen halt das Werkzeug noch Und wir müssen halt irgendwie das mit Nick noch klären Wir müssen aber vorher, glaube ich, erst wetten Und finden, wo das Foto ist, das Lola versteckt hat Das wahrscheinlich bei einer dieser Wettsachen ist Dafür müssen wir aber wissen, auf was wir wetten sollen Dafür müssen wir, glaube ich, vorher in das Tattoo-Buch gucken Ich weiß, es ist wahrscheinlich komplett der falsche Plan Aber egal Ah, Moment mal eben Nein, nein Was denkst du dir nur dabei? Ah, es hat nicht funktioniert Ich werde den Ausweis ausschließlich dazu benutzen, um aufs Schiff zu kommen Okay Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier die Folge Und wir überlegen uns das nächste Mal, was wir dann als nächstes auch tun Und ich bedanke mich fürs Zusehen Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Grim Fandango Macht's gut, Leute, bis daheim Tschüss Gönnen Gönnen